Dr. Beata Markus, Oberassistentin der Universität Fünfkirchen, forscht seit zwei Jahren dieses als weißer Fleck geltende Gebiet der Geschichte. Sie hat eine schwierige Aufgabe übernommen, als Beschluss nach persönlichen Geschichten zu forschen. Manchmal half ihr ein Foto auf einem Grabstein im Friedhof, eine neue Geschichte kennenzulernen. Manchmal findet man solche Geschichten eher so zufällig. Man entdeckt etwas im eigenen Umfeld. Ich war vor kurzem im Friedhof von Metzsaknadost unterwegs. Früher war es eher ein bisschen modisch, Fotos auf Grabsteine einzubauen. Es gibt manchmal auch Soldatenfotos. So bin ich auf ein Soldatenfoto mit einem Waffen-SS-Abzeichen aufgehörsam geworden von Adam Hübe. Da stand das Heldentod in Budapest. Und so habe ich ein bisschen nachrecherchiert, wer er war. Also sein Foto ist eigentlich ganz lustig und lebensfreudig. Er ist in einem Waffen-SS-Uniform, aber er lächelt da. Er ist ein junger Mann mit voller Hoffnung. Und naja, so sehr viel habe ich zu seiner Lebensgeschichte auch nicht herausfinden können. Also er war auf jeden Fall in der Waffen-SS, ob zwang oder freiwillig, das weiß ich leider noch nicht. Und er war tatsächlich dann bei der Schlacht um Budapest eingesetzt, wo er auch ums Leben kam. Er stammt eigentlich aus der Gemeinde Hubanya. Und interessant dabei ist, dass sein Grabstein ist im Metschek-Nadosch, aber eigentlich wurde er im Budaursch, im großen Soldatenfriedhof begraben. Also seine Familie hat wahrscheinlich diesen Grabstein erst so deutlich später errichtet mit diesem Foto darauf. Aufgrund von geschätzten Angaben meldeten sich etwa 60.000 Personen in der ersten Kriegsphase 1942-43 freiwillig in die Waffen-SS. Im Hintergrund ihrer Entscheidung lagen verschiedene Ursachen. Matthias Stöckel aus Oedenburg flüchtete zum Beispiel vor der Haftstrafe. Wieder eine ganz andere Geschichte über Motivation, warum man freiwillig für den Dienst in die Waffen-SS meldete, stammt aus der Stadt Schopron. Also Schopron ist die treueste Stadt Civita Civilissima, weil sie sich Ungarn und Nicht-Österreich wählten im Rahmen dieser, ich denke, sehr berühmten Volksabstimmung nach dem Ersten Weltkrieg. Und Schopron war eine Stadt und auch seine Umgebung, wo sehr viele deutschstämmige Personen oder Angehörige der deutschen Minderheit lebten. Und es ist vielleicht nicht so bekannt, dass sehr viele, besonders die Dörfer um Schopron, haben sich eher für Österreich abgestimmt, aber auch sehr viele in Schopron. Und dort wurden nach dieser Volksabstimmung sehr viele Feierlichkeiten und Jubiläumsveranstaltungen und so weiter veranstaltet. Und einmal 1939 hat sich eine kleinere deutsche Gruppe zusammengeschlossen, damit, dass sie diese Feuerlichkeiten stören wollen. Sie haben Flugblätter verteilt, deutschsprachige Flugblätter darüber, dass es eine falsche Entscheidung war. Sie wurden entdeckt und auch verhaftet. Und der Anführer Franz Ferdinand May, der wurde auch so in Bedroht, eine langjährige Haftstrafe. Deswegen hat sie einfach geflüchtet nach Österreich, was damals nach dem Anschluss schon zum Deutschen Reich gehörte. Und er meldete sich freiwillig für die Waffen-SS. Mehr über sein Schicksal wissen wir eigentlich nicht. Es gab auch manche, die aus Begeisterung für nationalsozialistische Ideen der Waffen-SS beigetreten sind. Ihr Tagebuch zeugt aber von ihrer Enttäuschung. Eine andere Geschichte ist von Matthias Stöckl. Ich habe eigentlich einen Hinweis in einem wissenschaftlichen Artikel darüber gefunden, dass es auch ein anderes Tagebuch von einem Waffen-SS-Soldat existiert, von Matthias Stöckl aus der Batschka. Er stammte aus der Gemeinde Kareny. Und er hat auch ein Tagebuch über seine Erlebnisse, Erfahrungen geführt. Er war eine Person, die begeistert von den nationalsozialistischen Ideen war. Solche Personen gab es auch. Deswegen meldete er 1942 freiwillig in die Waffen-SS. Und er diente in Jugoslawien und in der Ostfront. Aber wahrscheinlich seine Erfahrungen enttäuschten ihn. Und deswegen, die letzten Tagebuchaufzeichnungen sind auch so sehr deprimiert. Und nach der Erzählung der Familie war er sehr verzweifelt. Besonders am Ende des Zweiten Weltkriegs, so 1944. Er hat sehr viel Alkohol konsumiert. Und er meldete sich dann in den letzten Kriegsmonaten in der Nähe von Budapest zu einem sogenannten Himmelfahrtskommando. Das waren solche Aufträge oder militärische Aufträge, wo man ziemlich sicher wissen konnte, dass man es nicht überleben wird. Und das war tatsächlich so. Also Matthias Stöckl starb da. Und sein Tagebuch hat dann die Familie irgendwie gerettet. Aber deswegen ist eigentlich seine Geschichte bekannt. Weil er dasselbe wahrscheinlich hätte nicht erzählen wollen. Nur dadurch, dass er im Krieg fiel, wurde seine Geschichte dann doch öffentlich gemacht. Ich habe vor, diese Forschung noch einige Jahre lang weiterzumachen. Und ich hoffe, dass ich auch noch mehr solche eher persönliche Geschichten kennenlernen werde. Dass ja auch Familien oder Personen sich melden werden, die irgendwelche Quellen oder Informationen haben. Weil natürlich solche persönlichen Geschichten machen dieses Kapitel der Geschichte schon für menschliche. Dadurch verstehen wir ein bisschen besser, welche Motivationen diese Menschen haben konnten. Da kommen vielleicht dann nicht diese ganzen allgemeinen Urteile, dass okay, das waren alle Nazis in der Waffen-SS, weil es so nicht stimmt.